Telk einfach gut. Deutsch für die Integration A2-2. Lektion 7. Aufgabe 1a und b. Also, ich finde, wir haben das perfekte Geschenk für Heidi gefunden. Der rote Schal ist wunderschön. Ja, der ist toll. Heidi freut sich bestimmt. Rot ist ihre Lieblingsfarbe. Meine auch. Und deine, Karim? Ähm, ich weiß nicht. Ich mag blau ganz gern. Aber egal. Komm, wir fahren nach Hause. Nachher spielt Deutschland gegen England. Das möchte ich nicht verpassen. Männer und Fußball. Na gut, gehen wir zum Auto. Oh, Moment mal. Seht ihr die Stiefel da im Schaufenster? Die sind aber schick. Findet ihr nicht? Hm, ja, ganz hübsch. Kommt ihr? Und sie passen perfekt zu deiner Tasche. Mädels, kommt ihr? Wartet. Ich gehe mal schnell in den Laden. Aber wir wollen doch los. Es dauert nicht lange. Komm, bitte. Na gut. Aber nur kurz, ja? Siehst du den Schal da im Schaufenster? Wie findest du den? Den finde ich sehr schön, aber viel zu teuer. Guck doch mal. Der kostet 69 Euro. Stimmt. Der ist wirklich sehr teuer. Karim? Ach, hier bist du. Ich habe dich überall gesucht. Ja, ich habe hier diese Turnschuhe gesehen. Die sind super, aber viel zu teuer. 116 Euro für ein Paar Turnschuhe. Das ist doch verrückt, oder? Ja, das stimmt. Und du? Hast du die Stiefel gekauft? Nein, die waren auch zu teuer. Na ja, egal. Wir können jetzt nach Hause fahren. Warte mal. Hier gibt es doch auch ein Sportgeschäft, oder? Vielleicht finde ich da ja Turnschuhe. Außerdem brauche ich ein paar Sachen für das Campingwochenende mit meiner WG. Eine neue Badehose und ein paar Flipflops vielleicht. Ich dachte, du willst nach Hause und Fußball gucken. Ja, aber etwas Zeit haben wir noch. Komm, das Sportgeschäft ist oben. Okay, aber nur kurz, ja? Natürlich. Es dauert nur ein paar Minuten. Schau mal, alle Badesachen sind reduziert. Die Badeshorts kosten nur 12 Euro und die Flipflops 9 Euro. Ein Schnäppchen. Ja, das ist günstig. Wie findest du denn die gestreiften Badeshorts hier? Die sind doch ganz schön. Ja, die gefallen mir auch. Gibt es die in Größe M? Hm, Größe M sehe ich nicht. Nur S und XL. Zeig mal. Nein, die passen mir nicht. S ist zu klein und XL zu groß. Die einfarbigen Shorts gibt es aber in M. Und die karierten auch. Ja, die karierten sind nicht schlecht. Die nehme ich. Und die blauen Flipflops da drüben. Die nehme ich auch. Siehst du Größe 43? Äh, 42, 44. Ah, du hast Glück. Hier sind die blauen Flipflops in Größe 43. Perfekt. Hey, gehen wir jetzt zur Kasse? Ja, gleich. Wo sind denn die Turnschuhe? Da vorne. Aber die sind nicht reduziert. Die kosten hier auch über 100 Euro. Außerdem hast du doch Turnschuhe. Welche meinst du? Die schwarz-weißen. Die sind doch ganz gut, oder? Ach, ja. Die sind aber schon zwei Jahre alt. Guck mal, die roten Turnschuhe hier sind doch super. Und die kosten nur 99 Euro. Nur 99 Euro? Das ist aber kein Schnäppchen. Stimmt. Aber die sind wirklich super. Die muss ich haben. Wenn du das Fußballspiel noch sehen willst, dann müssen wir jetzt wirklich gehen. Für heute haben wir genug, oder? Ach, lass mal. Ich schaue mir morgen die Wiederholung an. Ich gehe jetzt zur Kasse und dann gehen wir noch etwas essen. Was meint ihr? Wir brauchen einen neuen Fernseher. Muss das sein? Ein neuer Fernseher ist bestimmt sehr teuer. Guck mal. Da ist eine gute Kamera im Angebot. Super. Ich suche schon lange eine gute Kamera. Hilfe! Mein Handy ist weg. Der Mann da hat mein Handy gestohlen. Haltet ihn fest! Polizei! Wo möchtet ihr sitzen? Da am Fenster ist noch ein Tisch frei. Nehmen wir den? Ja, in Ordnung. Puh, was für ein Tag. Jetzt habe ich aber Hunger. Ich auch. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ja, eine Cola bitte. Eine große oder eine kleine? Eine große. Und ich nehme ein großes Bier. Mein lieber Freund. Dann kannst du aber nicht mehr Auto fahren. Hm, stimmt. Dann nehme ich ein Mineralwasser. Oder kannst du nicht fahren? Ich würde jetzt wirklich gerne ein Bier trinken. Äh, ja, kein Problem. Dann fahre ich. Und ich nehme eine Apfelschorle, bitte. Super. Also, ein Bier für mich, bitte. Gerne. Möchten Sie auch etwas zu essen bestellen? Ja, gleich. Wir haben noch nicht in die Speisekarte geschaut. Lektion 7 Aufgabe 9c und d So, eine große Cola für Sie. Danke. Die Apfelschorle. Danke. Und ein großes Bier für Sie. Vielen Dank. Was kann ich Ihnen zu essen bringen? Ich hätte gerne einen griechischen Salat. Einen kleinen, bitte. Und dann das Schnitzel mit Champignons und Bratkartoffeln. Gerne. Und für Sie? Ich nehme die Ofenkartoffel mit Kräuterquark und Salat. Keine Vorspeise? Nein. Oder vielleicht doch. Ich würde gerne die Gulaschsuppe probieren. Aber ist die sehr scharf? Sie ist nicht zu scharf. Aber es ist ein bisschen Chili darin. Hm, ich weiß nicht. Nein, lieber nicht. Danke. Möchten Sie vielleicht die Tomatensuppe probieren? Die ist nicht scharf. Nein, danke. Aber ich nehme eine Nachspeise. Ähm, ich hätte gern den Apfelkuchen mit Vanilleeis. Mit Sahne oder ohne? Mit Sahne, bitte. Gerne. Und Sie? Würden Sie auch gerne eine Nachspeise bestellen? Nein, danke. Ich mag nicht so gerne Süßes. Ich freue mich jetzt auf meinen Salat und meinen Schnitzel. Und was hätten Sie gerne? Ach, ich habe gar nicht so viel Hunger. Ich nehme nur ein gemischtes Eis, bitte. Ohne Sahne. Kommt sofort. Lektion 8 Aufgabe 1a Guten Tag. Guten Tag, Frau Menzel. Wir brauchen unbedingt noch Ihre Steuernummer. Könnten Sie uns die bitte mitbringen? Ja, mache ich. Ich habe Sie schon herausgesucht. Was brauchen Sie denn noch? Wir haben Ihre Kontoverbindung noch nicht. Und ich brauche auch noch die Informationen zu Ihrer Krankenversicherung. Hätten Sie am Donnerstag kurz Zeit? Wir könnten das alles am besten regeln, wenn Sie kurz vorbeikommen würden. Ja, gerne. Dann komme ich am Donnerstag ins Personalbüro. Lektion 8 Aufgabe 2b Herr Garcia, Ihre erste Aufgabe morgen ist, dass Sie mich bei Besprechungen mit unseren Kunden unterstützen. Machen Sie bitte Kaffee für unsere Gäste, stellen Sie Wasser bereit und drucken Sie die Unterlagen aus. Ich brauche auch Informationen vom Außendienst. Die kennen die Kunden am besten. Nach der Besprechung brauche ich schnell ein Protokoll von Ihnen. Schaffen Sie das? Ja, natürlich, Frau Lott. Ab Mittwoch können Sie dann im Grafikteam anfangen. Lektion 8 Aufgabe 3a Herr Garcia, vereinbaren Sie bitte für Mittwoch einen Termin mit unserem Kunden Schmidt Elektrik für eine Besprechung. Legen Sie den Termin auf den Vormittag. Am besten so um 10 Uhr. Ich kann gerne zur Firma Schmidt hinfahren. Gut, Frau Lott. Wie sieht es mit Ihrem Treffen am Donnerstag mit Frau Obermann von der Stadtverwaltung aus? Soll ich dafür noch etwas organisieren? Ja, bereiten Sie bitte mit unserem IT-Techniker für 15 Uhr den kleinen Besprechungsraum vor. Wir brauchen einen Laptop mit Internetzugang. Bitte nehmen Sie ab halb vier auch an der Besprechung teil. Sie müssen das Protokoll schreiben. Gut, soll ich sonst noch etwas machen? Ja, rufen Sie bitte heute noch Herrn Kraft von den Stadtwerken an und verlegen Sie meinen Termin von Freitag auf Montag. Ach ja, und bitte kopieren Sie bis zu Ihrem Feierabend noch diese Dokumente hier. Sehr gerne, Frau Lott. Lektion 8 Aufgabe 7a Herr Garcia Fernandes, gut, dass ich Sie noch erwische. Wir können gleich Du sagen, oder? Ja, gerne. Ich heiße Miguel. Ich bin Sonja. Weißt du, Miguel, ich brauche unbedingt noch Stoff für den Newsletter. Da haben wir immer sieben Artikel und einer fehlt mir noch. Morgen muss ich fertig sein. Der Chef will noch mal drüber schauen und... Ach, das ist wieder eine Hektik. Entschuldigung, ich verstehe nicht genau. Brauchen Sie, äh, brauchst Du eine Grafik von mir? Nein, habe ich doch gesagt. Einen Artikel brauche ich unbedingt. Du kannst doch schnell was schreiben. Einfach runtertippen. Wir biegen das dann schon hin. Äh, ja. Ich helfe Ihnen, ähm, dir sehr gerne. Aber was? Schreiben? Pass mal auf. Wir haben immer mal einen Artikel über neue Mitarbeiter. Ich brauche von Dir nur einen kleinen Text über Dich und Deine Arbeit hier. So 80 Wörter. Das ist genug. Ach so, ja, das kann ich machen. Gleich morgen früh. Nein, nein, jetzt, sofort. Ich habe doch keine Zeit mehr. Und ein Foto brauche ich auch. Du bei der Arbeit. Nimm mal ein paar Mappen in die Hand, damit das echt aussieht. So, ist doch kein Problem. Nein, kein Problem. Ich schreibe sofort etwas. Danke, du bist ein Schatz. Lektion 8 Aufgabe 8a Das Informationsmaterial Die Informationsmaterialien Der Außendienst Die Kundenbetreuung Der Arbeitsschutz Der Die Arbeitsschutzbeauftragte Der Brandschutz Der Die Brandschutzbeauftragte Lektion 9 Aufgabe 1c und e Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Kai Habermann. Ich möchte Sie heute über das deutsche Schulsystem informieren. Hier in Deutschland gibt es eine Schulpflicht. Pflicht bedeutet, dass alle Kinder zur Schule gehen müssen. Mindestens neun Jahre lang. Die meisten Kinder kommen mit sechs Jahren in die Schule. Ähm, Entschuldigung, darf ich etwas fragen? Ja, natürlich. Gibt es auch eine Schule für ganz kleine Kinder? Mein Sohn ist erst vier und meine Tochter drei. Ich möchte, dass meine Kinder früh etwas lernen. Für kleine Kinder gibt es den Kindergarten oder die Kita. Schauen Sie mal. Ich habe Ihnen ein Schaubild gegeben. Da sehen Sie ganz unten Kindergarten oder Kita. Ja, und da steht freiwillig. Freiwillig heißt doch, die Kinder können in den Kindergarten, aber sie müssen nicht. Genau. Der Kindergarten ist keine Pflicht. Die Grundschule ist aber Pflicht. Alle Kinder müssen vier Jahre lang die Grundschule besuchen. Entschuldigung? Ja, bitte. Ist es richtig, dass die Grundschule nur vier Jahre dauert? In meinem Land muss man acht Jahre zur Grundschule gehen. Ja, in vielen Ländern ist das anders. Aber in Deutschland sind es vier Jahre. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage. Stimmt es, dass die Schulbildung für alle kostenlos ist? Ja, das stimmt. Die meisten Schulen kosten nichts. Die Eltern müssen natürlich die Bücher bezahlen oder das Essen für die Kinder. Aber kein Schulgeld. Es gibt aber auch private Schulen. Da ist das anders. Lektion 9 Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, sehen wir uns jetzt ein Schaubild an. Dieses Schaubild zeigt uns das Schulsystem hier in Hessen. Sie sollten wissen, dass es von Bundesland zu Bundesland leichte Unterschiede gibt. Nach der Grundschule müssen die Eltern eine Schulform für ihr Kind wählen. Das ist nicht einfach, denn es gibt viele Möglichkeiten. Die wichtigsten sind das Gymnasium, die Realschule und hier bei uns die Hauptschule. Die Realschule endet nach der 10. Klasse. Dann sind die Kinder circa 16 Jahre alt. Am Gymnasium kann man noch zwei Jahre länger lernen und nach der 12. Klasse das Abitur machen. Entschuldigung, kann ich auch etwas fragen? Ja, bitte. Meine Tochter geht aufs Gymnasium, aber sie möchte kein Abitur machen. Ist es richtig, dass sie nach der 10. Klasse aufhören kann? Ja, das geht. Nach der 10. Klasse kann ihre Tochter den mittleren Schulabschluss machen. Danach kann sie eine andere Schule besuchen. Zum Beispiel eine Berufsschule. Oder sie kann eine Ausbildung machen. Ich habe auch noch eine Frage. Wie kann man sehen, auf welche Schule die Kinder gehen? Entschuldigung, ich verstehe Ihre Frage nicht. Wie meinen Sie das? Ich meine, gibt es besondere Kleidung, zum Beispiel für das Gymnasium oder die Gesamtschule? Ah, jetzt verstehe ich. Nein, es gibt keine besondere Kleidung und keine Schuluniform. Jedes Kind kann die Kleidung tragen, die es möchte. Und stimmt es, dass Mädchen und Jungen zusammen lernen? Ja, das stimmt. Jungen und Mädchen gehen zusammen in eine Klasse. Nur im Sportunterricht sind sie manchmal getrennt. Als Jugendliche haben Jungen und Mädchen oft andere Interessen. Viele Jungen wollen Fußball spielen. Und die Mädchen möchten lieber tanzen oder turnen. Deshalb gibt es an vielen Schulen getrennten Sportunterricht. Meistens ab der siebten Klasse. Haben Sie sonst noch Fragen? Heute war ein richtig blöder Tag. Wir haben eine Klassenarbeit in Mathe geschrieben und ich konnte drei Aufgaben nicht lösen. Ich bin sicher, dass ich eine schlechte Note bekomme. Aber das war nicht alles. Im Sportunterricht sollten wir Basketball spielen. Ich wollte den Ball in den Korb werfen, aber ich bin umgeknickt und hingefallen. Ich konnte nicht aufstehen. Mein Knöchel hat schrecklich wehgetan. Ich musste sofort ins Krankenhaus. Zum Glück durfte mein Bruder mitkommen. Jetzt habe ich ein Gipsbein und muss eine Woche zu Hause bleiben. Dann darf ich wieder in die Schule. Aber ich kann natürlich noch keinen Sport machen. Echt blöd, was? Lektion 9 Aufgabe 5d Hast du die Einladungen gelesen, Verena? Der Elternabend ist am 5. November und der Elternsprechtag auch. Na toll! Und jetzt? Wie sollen wir das schaffen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir gehen zuerst zum Elternsprechtag. Du sprichst mit Oles Lehrern. Und ich spreche mit Tills Lehrern. Und abends gehen wir zusammen zum Elternabend in Annikas Schule. Ganz schön stressig, aber okay. Wir müssen beim Elternsprechtag auch nicht mit allen Fachlehrern sprechen. Das stimmt. Ole hatte noch nie große Probleme in der Schule. Nein, aber er ist traurig, weil er eine 5 in Mathe geschrieben hat. Deshalb möchte ich mit der Mathelehrerin sprechen. Frau Neubert? Die ist doch auch Tills Mathelehrerin. Da kannst du gleich fragen, wie Till in Mathe steht. Mach ich. Und du sprichst bitte mit Tills Englischlehrerin und dem Deutschlehrer. Die letzten Klassenarbeiten waren in beiden Fächern nicht gut. Und in Mathe hat er ja auch Probleme. Ich möchte nicht, dass Till sitzen bleibt. Ja, du hast recht. Vielleicht braucht er Nachhilfe. Bis zum Zwischenzeugnis ist ja noch Zeit. Da kann er sich noch verbessern. Guten Tag, Frau Neubert. Hallo, Frau Habermann. Schön, dass Sie kommen konnten. Ja, ich möchte mit Ihnen über Ole sprechen. Er hat eine 5 in der letzten Mathearbeit geschrieben. Jetzt hat er Angst, dass er eine schlechte Note im Zeugnis bekommt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ole ist ein guter Schüler. Er hat in der ersten Klassenarbeit eine 3 plus geschrieben und in der zweiten eine 1 minus. Ich denke, er hatte einfach einen schlechten Tag. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Das ist richtig. Bei Till mache ich mir mehr Sorgen. Er macht oft die Hausaufgaben nicht und träumt im Unterricht. Ich sage ihm jede Woche, dass er besser aufpassen muss. Ich weiß, Till hat im Moment keine Lust auf die Schule. Er interessiert sich nur für drei Dinge. Kickboxen, Computer und Angelina, eine junge Dame aus dem Sportclub. Ich verstehe. Er ist 14. Da haben viele Schüler andere Interessen. Aber jedes Kind muss auch an die Zukunft denken. Till hat bis jetzt zwei Fünfen in Mathe geschrieben. Wenn er keine 5 im Zeugnis haben will, muss er mehr lernen. Wir schreiben dieses Halbjahr noch zwei Arbeiten. Jede Note zählt. Natürlich. Ich rede mit Till. Wenn wir jeden Tag eine Stunde zusammen lernen, klappt es vielleicht. Das wäre schön. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Neubert. Gerne. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Lektion 10 Aufgabe 2b Hallo. Hallo Tom. Hier ist Akono. Ich habe eine Frage. Kennst du einen guten Orthopäden? Ich habe starke Rückenschmerzen und mein Nacken tut auch sehr weh. Ruf am besten meinen Arzt an. Das ist Dr. Arendt. Die Nummer ist 37 45 21. Gut, danke. Hast du sonst noch Tipps für mich? Leg dir ein warmes Kirschkernkissen auf deinen Nacken. Mach während der Arbeit kurze Pausen und bewege deinen Kopf. Und das hilft? Ja, ein bisschen. Aber schau mal im Internet und mach einen Yoga-Kurs. Zum Beispiel bei der VHS. Yoga? Ja, das hilft dir deinen Nacken zu entspannen und deine Muskeln aufzubauen. Ruf auch mal bei deiner Krankenkasse an. Manchmal vermitteln die auch Rückenkurse. Rückenkurse? Ja, das sind Kurse, wo man lernt, wie man im Alltag die Rückenmuskulatur stärkt. Übrigens übernimmt manchmal die Krankenkasse auch einen Teil der Kosten für diese Kurse. Wirklich? Das wusste ich nicht. Frag auch noch mal deinen Hausarzt oder Apotheker. Die können dir sicher noch ein paar Ratschläge geben. Das mache ich. Vielen Dank, Tom, für deine vielen guten Tipps. Lektion 10 Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Probleme mit dem Rücken und dem Nacken. Und ich habe starke Schmerzen. Seit wann haben Sie die Schmerzen? Eigentlich schon länger. Aber seit einer Woche tut mir auch meine rechte Schulter weh. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite im Büro. Meistens am Computer. Treiben Sie Sport und machen Sie im Büro zwischendurch mal Pausen und bewegen sich? Naja, ich gehe hin und wieder joggen. Aber ich mache keine spezielle Sportart. Im Büro sitze ich den ganzen Tag vor dem Computer und in der Mittagspause gehe ich in die Kantine. Das sind Verspannungsschmerzen. Sie bewegen sich zu wenig. Ich mache Ihnen im Nacken ein Sporttape. Das nimmt Ihnen erst einmal den Schmerz. Dann gebe ich Ihnen eine Salbe für die Schultern. Damit reiben Sie die Schultern gut ein. Ich verschreibe Ihnen noch Tabletten und ich empfehle Ihnen dringend, mehr Sport zu machen. Sie können zum Beispiel einen Yoga-Kurs machen oder einen speziellen Rückenkurs. Der Trainer zeigt Ihnen gute Übungen, die Ihnen im Alltag helfen. So können Sie Ihre Rückenmuskeln stärken. Ich schlage vor, wir sehen uns in vier Wochen wieder und Sie erzählen mir dann, ob es Ihnen besser geht. Haben die Medikamente Nebenwirkungen? Nun ja, die Tabletten können etwas müde machen. Nehmen Sie die am besten abends vor dem Schlafen gehen. Haben Sie einen empfindlichen Magen? Eigentlich nicht. Gut. Manche Patienten klagen über Übelkeit. Die Salbe probieren Sie erst einmal an einer kleinen Stelle aus. Sie kann die Haut etwas reizen, wenn man empfindlich ist. Sollten Sie Probleme haben, kommen Sie bitte sofort wieder. Gut. Gibt es auch noch alternative Behandlungen? Ich kann Ihnen noch Akupunktur anbieten. Das hilft, die Muskeln zu entspannen. Übernimmt das die Krankenkasse? Manche Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kosten. Da müssen Sie Ihre Krankenkasse fragen. Aber versuchen wir es erst einmal mit der Salbe und den Tabletten. So. Hier sind die Salbe und das Rezept. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Vielen Dank, Herr Doktor. Lektion 10 Aufgabe 8a Guten Tag. Sie sprechen mit der Saxonia Krankenkasse. Bartels mein Name. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Akono Okoye. Ich habe eine Frage. Da ich sehr starke Rückenschmerzen habe, war ich heute beim Arzt. Der sagt, ich soll Yoga machen und am besten einen Kurs besuchen. Ja. Bestimmte Yoga-Übungen sind gut für den Rücken. Bieten Sie denn als Krankenkasse Yoga-Kurse an? Wir? Nein. Wir geben keine Yoga-Kurse. Aber wir zahlen einen Teil der Kursgebühr. Wie kann ich denn einen Kurs finden? Nun, den Kurs müssen Sie selber suchen. Wichtig ist, dass der Yoga-Kurs von einem anerkannten Yoga-Lehrer oder einer anerkannten Yoga-Lehrerin geleitet wird. Wie bitte? Nun, die Person muss eine Ausbildung zum Yoga-Lehrer haben. Und woher weiß ich das? Am besten ist, Sie schauen erst einmal, wo es in Ihrer Nähe Yoga-Kurse gibt. Dann können Sie den Namen des Kursleiters erfahren. Auf unserer Webseite haben wir unter dem Thema Yoga-Kurse eine Auflistung mit allen anerkannten Yoga-Lehrern. Oh, das ist aber kompliziert. Sie können uns aber auch anrufen und nochmal nachfragen. Hm, ja. Oder Sie machen einen Kurs in einer öffentlichen Einrichtung. Eine öffentliche Einrichtung? Ja, zum Beispiel in der Volkshochschule. Ah, okay. Und wie geht das mit der Kursgebühr? Wie viel zahlt die Krankenkasse? Wir zahlen die Hälfte der Kursgebühr. Sie melden sich beim Kurs an und zahlen erst einmal die gesamte Kursgebühr. Am Ende des Kurses bekommen Sie dann eine Bescheinigung über die Teilnahme. Diese schicken Sie uns zu und wir erstatten Ihnen dann die halbe Kursgebühr. Ach so. Dann vielen Dank für die Information. Bitteschön. Auf Wiederhören. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Ich möchte 200 Euro auf mein Konto einzahlen. Gerne. Haben Sie Ihre Bankkarte dabei? Hier, bitte. Guten Tag. Ich fahre bald in die Türkei und möchte Geld wechseln. Wie viel türkische Lira bekomme ich für 100 Euro? Einen Moment bitte. Ich schaue mal nach. Entschuldigung. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben, aber der Geldautomat funktioniert nicht. Ja, der Automat ist defekt. Aber da drüben ist noch einer. Der funktioniert. Gut, danke. Dann versuche ich es dort. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Geld nach Griechenland überweisen. Mein Bruder lebt dort. Wie viel möchten Sie überweisen? 350 Euro. Lektion 11 Ich möchte ein Konto eröffnen. Wisst ihr, wie das geht? Nicht so genau. Aber ich habe einen Cousin, der bei einer Bank arbeitet. Den können wir fragen. Ja, gut. Sag mal, müsst ihr für euer Konto etwas bezahlen? Eine monatliche Gebühr oder so? Nein, ich habe ein Konto, das kostenlos ist. Ich auch. Du, Sergej, ich muss sowieso zur Bank. Ich habe noch eine Rechnung, die ich bezahlen muss. Komm doch mit und sprich mit meinem Cousin. Gute Idee. Kommst du auch mit, Moritz? Ja, ich muss zum Geldautomaten. Ich habe keine Kohle mehr. Lektion 11 Aufgabe 3a und b Hey, Sergej, wie geht's? Gut, danke. Hast du jetzt ein Konto? Ja, Kikis Cousin hat mir geholfen. Aber ich habe schon wieder ein Problem. Ich habe im Internet ein paar Sachen bestellt. Jetzt muss ich die Rechnung bezahlen, per Überweisung. Das habe ich noch nie gemacht. Kann mir jemand helfen? Am besten fährst du zur Bank. Da kann dir bestimmt jemand helfen. Das wollte ich machen, aber ich habe gerade kein Kleingeld in der Tasche. Kann mir jemand 5 Euro leihen für den Bus? Ich habe schon zwei andere Freunde gefragt, aber niemand hat Geld dabei. Ein Moment. Hier sind 4 Euro. Reicht das für den Bus? Ja, ich glaube schon. Vielen Dank. Ich gebe dir das Geld am Montag zurück. In Ordnung. Ich muss jetzt los. Ich habe gleich ein Seminar. Bis später dann. Lektion 11 Aufgabe 6a Das ist ja gar nicht kompliziert. Nein, es ist ganz einfach. Aber das Formular hier, das ist kompliziert. Können Sie mir sagen, was Zahlungsempfänger heißt? Der Zahlungsempfänger ist die Person oder die Firma, die das Geld bekommt. Ah, okay. Und was ist der Verwendungszweck? Das ist zum Beispiel die Rechnungsnummer. Die ist wichtig, weil die Firma dann weiß, wofür das Geld ist. Verstehe. Wissen Sie, wo ich die Rechnungsnummer finde? Ja, die steht auf der Rechnung. Sehen Sie? Hier. Ah ja. Gut. Dann versuche ich das mal. Ich kann so eine Überweisung auch online machen, oder? Ja, das geht ganz ähnlich. Eigentlich kein Problem. Vielen Dank. Dann versuche ich das bei der nächsten Rechnung. Lektion 11 Aufgabe 7a Entschuldigen Sie, junger Mann. Ist der Automat hier kaputt? Ich möchte einen Kontoauszug ausdrucken. Ja, dieser Automat wird gerade repariert. Aber da vorne ist noch einer. Wissen Sie auch, wie der funktioniert? Sie müssen nur Ihre Bankkarte in den Automaten schieben. Sehen Sie? Hier. Die Kontoauszüge werden dann ausgedruckt. Ah ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Lektion 12 Aufgabe 1b Guten Tag. Wir sind von Radio Frankfurt aktuell. Wir machen eine Umfrage zum Thema Freizeit. Darf ich Sie fragen, was Sie am liebsten in Ihrer Freizeit machen? Was ich am liebsten mache? Sie müssen wissen, ich arbeite 40 Stunden die Woche in einem Callcenter und spreche da den ganzen Tag. Es macht mir Spaß, Kunden zu beraten. Aber abends will ich dann oft einfach in Ruhe abschalten. Und das kann ich am besten mit Schach spielen. Ach, das ist ja interessant. Das hört man ja nicht so oft, dass junge Leute Schach spielen. Und wie oft spielen Sie Schach? Normalerweise zweimal die Woche. Montags und donnerstags treffe ich mich mit einem Freund und wir spielen Schach. Ich genieße es sehr, mal nicht die ganze Zeit sprechen zu müssen und mich ganz auf das Spiel zu konzentrieren. Vielen Dank. Moment mal, warten Sie bitte kurz. Würden Sie uns bitte auch erzählen, was Ihr liebstes Hobby ist? Ach, ich habe viele Hobbys. Ich singe in einem Chor und in den Semesterferien reise ich gerne. Aber meine größte Leidenschaft ist das Basketballspielen. Ich spiele zweimal die Woche in einem Verein Basketball. Und wie lange machen Sie das schon? Schon seit zehn Jahren. Und die meisten aus unserem Team sind auch schon viele Jahre dabei. Es macht wirklich Spaß, sich so richtig auszupowern. Ich brauche die Bewegung, denn sonst sitze ich viel herum. In Vorlesungen, in der Bibliothek und daheim beim Lesen und Lernen. Ja, das klingt nach einem guten Ausgleich zum Studium. Vielen Dank. Und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Freizeit? Ja, wenn ich wirklich Freizeit hätte, dann würde ich auch wieder gerne Basketball oder Tennis spielen. Aber leider habe ich nicht genug Zeit dafür. Ich arbeite meist 60 Stunden die Woche und bin abends zu müde, um Sport zu machen. Und wie entspannen Sie? Sehen Sie fern? Manchmal, aber nicht so oft. Am besten kann ich abschalten, wenn ich koche. Sie kochen, das ist ja interessant. Und wie oft und was, wenn ich fragen darf? Sicher drei bis vier Mal in der Woche koche ich für meine Frau und die Kinder. Von Schnitzel über Nudeln mit Tomatensauce bis zu asiatischen Gerichten koche ich eigentlich alles Mögliche. Je nachdem, worauf wir gerade Appetit haben. Entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich los. Meine S-Bahn kommt gleich. Ja, natürlich. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Hallo, hier ist Radio Frankfurt aktuell. Wir machen heute eine Umfrage zum Thema Freizeit. Was macht ihr in eurer Freizeit? Hallo, ich bin Simon. In meiner Freizeit spiele ich mit meinem Kumpel Sven Tennis in unserem Tennisverein. Manchmal spiele ich auch mit meinem Opa Schach. Schach, das ist ja interessant. Ja, und mit seinem Opa zu spielen macht auch richtig Spaß. Was macht ihr sonst noch so? Na ja, im Sommer treffen wir uns oft mit unseren Freunden am See. Dort schwimmen oder surfen wir. Letzten Monat konnten wir sogar mit unserer Schulklasse im Schulsport einen Surfkurs machen. Das war klasse. Ja, vielen Dank, Simon und Sven. Hier sind Frau und Herr Weber. Frau Weber, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Nun, in meiner Freizeit mache ich viel Handarbeiten. Jetzt habe ich gerade einen Nähkurs in unserer VHS gemacht. Das war auch sehr schön. Sonst besuche ich jeden Montagabend mit meinem Mann einen Tango-Kurs in unserer Tanzschule. Oh, Sie tanzen Tango? Ja, mit meinem Mann. Sind Sie ein guter Tänzer, Herr Weber? Nun ja, wenn ich mit meiner Frau tanze, schon. Ich tanze gerne mit ihr. In unserer Tanzgruppe gibt es viel bessere Tänzer, aber mit unserem Tanzlehrer lerne ich das schon. Dann drücke ich Ihnen die Daumen. Ihnen viel Glück und viel Spaß. Lektion 12 Aufgabe 2a und b Hallo, hier ist Frankfurt Aktuell. Ich habe für Sie noch ein paar Tipps fürs Wochenende. Der Segelverein Ostwind bietet am Samstag und Sonntag am Westhafen jeweils von 10 bis 18 Uhr einen Schnupperkurs im Segeln an. Kosten 25 Euro pro Person Anmeldungen und Infos direkt beim Verein unter 069 999 777 8 Für alle, die lieber kreativ sind, bietet die Volkshochschule am Samstag einen Kreativtag an. Aus alten Verpackungen, Stoffresten und anderen werden Taschen genäht, Körbe geflochten, Schmuck gebastelt und allerlei schöne Dinge gemacht. Upcycling nennt sich das. Weitere Infos unter www.vhs.de Und hier nun ein Tipp für alle Poetry Slammer. In der Stadthalle findet am Samstagabend ab 18 Uhr der City Poetry Slam statt. Eingeladen sind alle, die Gedichte, Texte und Musik mögen. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag veranstaltet das Kinderhilfswerk sein jährliches Sommerfest. Wie immer ist das Programm umfangreich. Musik, Malen, Basteln, eine große Hüpfburg und vieles mehr. Spiel und Spaß für Groß und Klein. Los geht's ab 11 Uhr. Lektion 12 Aufgabe 7a Sollen wir am Wochenende eine Gartenparty machen? Ja, das ist eine gute Idee. Hast du einen großen Grill? Leider nein. Ich habe nur einen kleinen Grill. Aber André hat einen. Wir brauchen auch gute Grillkohle. Ja, und wir müssen auch kühle Getränke kaufen. Soll ich einen gemischten Salat machen? Ja, gerne. Ich kann eine tolle Soße mitbringen. Gut, dann kann ich bei unserem Bäcker ein leckeres Brot kaufen. Dann müssen wir am Samstag nur noch etwas frisches Fleisch und knackige Würstchen kaufen. Lektion 12 Aufgabe 7c und d Hallo André, ich wollte am Samstag eine Grillparty machen. Sandro findet die Idee auch gut. Hast du auch Lust? Ich weiß nicht. Wo willst du denn grillen? Ich habe einen kleinen Garten. Das wird bestimmt eine gemütliche Feier. Du hast einen Garten? Ja, jeder bringt etwas mit. Sandro bringt das leckere Brot von seinem Bäcker mit. Die kühlen Getränke und das frische Fleisch kaufen wir am Samstag zusammen. Kannst du deinen großen Grill mitbringen? Nun, eigentlich wollte ich mit meiner Familie eine schöne Radtour machen. Oder eine gemütliche Schiffstour. Eine schöne Radtour? Hm, und eine gemütliche Schiffstour. Klingt gut. Aber das könnt ihr doch auch ein anderes Mal machen. Der Sommer fängt doch gerade erst an. Gut, dann bringe ich außer dem Grill noch neue Grillsoßen mit. Und Olga kann den wundervollen Nudelsalat machen, den alle immer so mögen. Das ist eine tolle Idee. Aber den bunten Prospekt mit den wunderschönen Schiffstouren bringe ich auch mit. Vielleicht möchtest du oder jemand von den anderen auch mitfahren. Ja, super. Dann können wir einen interessanten Ausflug planen. Lektion 12 Aufgabe 8b Ich brauche einen Löffel. Bringst du mir bitte einen? Hier ist einer. Gibst du mir mal eine Schüssel? Hier ist leider keine. Sind hier irgendwo Gläser? Da drüben sind welche. Ich brauche ein Messer. Hast du eins? Ich bringe dir eins. Suchst du eine Grillzange? Ja, aber ich finde keine. Hast du ein Feuerzeug? Nein, tut mir leid. Ich habe keins. Aber Sandro hat eins. Aussprachetraining Aufgabe 1a Bitte Vielen Dank Mädchen Es Es Lesen Seher Besuch Geschichte aussprachetraining aufgabe 1c und 1d mir geht es gut petra schmeckt der kaffee nicht herr seemann rennt in die universität stefan zählst du das geld erik lebt in england aussprachetraining aufgabe 1c willkommen in berlin sie ist sehr nett warum trägst du ein hemd er ist auf dem berg lesen macht intelligent hängt bitte die wäsche auf aussprachetraining aufgabe 2a paa bar karten garten tanken danken aussprachetraining aufgabe 2d guten tag herr schmidt guten tag frau schmid können sie mir sagen wie spät es ist ja gern es ist halb drei was schon halb drei ich muss mein kind vom kindergarten abholen sie hat heute geburtstag oh dann alles gute und viele grüße an ihren mann und ihren hund aussprachetraining aufgabe 2f tag tag tage weg wege hund hunde hunde kind kind kinder urlaub urlaube korb körbe haus häuser maus mäuse detektiv detektive motiver 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 aussprachetraining motiver motiver Gehen Gesundheit Aufstehen Anhalten Aussprachetraining Aufgabe 4a Wie hier Wie ihr Aus Hessen Aus Essen Im Haus Im Aus Die Hälfte Die Hälfte Es heilt Es eilt Verhalten Verhalten Veralten Aussprachetraining Die Hälfte Die Hälfte Es eilt Verhalten Lektion 7 Der kostet Der kostet 199 Euro Den möchte ich gern anprobieren Lass uns reingehen Vielleicht findest du ja auch etwas Schau mal Hier gibt es auch Kleider Ist das hier nicht toll? Ich liebe Rot Oh ja Das finde ich auch schön Aber das ist sehr teuer Das kostet fast 200 Euro Ach Das ist teuer? Der Anzug kostet auch fast 200 Euro Du hast recht Ich möchte das haben Und hier gibt es auch Strickjacken Die passt zum Kleid, oder? Ja, die ist schön Und die kostet nur 45 Euro Das geht Dann haben wir ja alles Lass uns alles anprobieren Wo sind denn die Umkleidekabinen? Ja, die sind dort hinten Entschuldigung Haben Sie das Hemd auch in Größe XXL? Nein, das haben wir leider nur noch in XL Vielleicht passt mir das ja auch Ich möchte das gerne haben Weil das wirklich schön ist Na also, das passt Ihnen perfekt Sag mal, wie findest du die Mütze? Die ist sehr hübsch Und gar nicht so teuer Die kostet ja nur 19 Euro Ja, das denke ich auch Die nehme ich So ein Schnäppchen Siehst du den Rock dort hinten? Wow, der ist richtig schick Den musst du unbedingt anprobieren Ja, den will ich haben Hoffentlich passt er mir Guten Tag Was kann ich für Sie tun? Guten Tag Ich hätte gern die Mittagskarte Gern Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ja, ich hätte gern ein stilles Wasser Darf ich Ihnen etwas zu essen empfehlen? Nein, danke Ich habe schon gewählt Ich nehme eine Gemüsesuppe Was möchten Sie als Hauptspeise? Ich würde gerne die Käsespätzle probieren Möchten Sie eine Nachspeise? Oh ja Ich hätte gerne das Vanilleeis mit heißen Himbeeren Darf es noch etwas sein? Nein, danke Die Rechnung bitte Das macht zusammen 23,50 Euro 25 Euro, danke Stimmt so Vielen Dank Und Ihnen noch einen schönen Tag Danke, Ihnen auch Lektion 8 Aufgabe 4b Hallo Du bist die neue Kollegin, stimmt's? Na, wie ist der erste Arbeitstag so? Hallo Ja, genau Ich bin Marion Die neue Sekretärin Und wie heißt du? Ich heiße Murat Ich bin der Assistent von Frau Teras Sie hat mich gebeten, dir noch ein paar Dinge zu erklären Und zwar geht es um alles, was abends gemacht werden muss Oh ja, das wäre gut zu wissen Ich gehe ja zuletzt und will nichts vergessen Ja, genau Also du musst sechs Dinge machen, bevor du nach Hause gehst Zuerst solltest du überall die Fenster zumachen Außerdem musst du alle Computer herunterfahren Was bedeutet alle Computer? Auch die Computer in den Besprechungsräumen Ach so Vergiss bitte auch nicht, den Anrufbeantworter einzuschalten Bevor du das Büro verlässt, solltest du noch die Alarmanlage anmachen und das Licht überall ausschalten Brauche ich einen Code für die Alarmanlage? Ja, den schreibe ich dir gleich auf Gut, danke Wenn das alles erledigt ist, kannst du beruhigt die Tür hinter dir zuschließen und nach Hause gehen Ich denke, das ist kein Problem. Danke für die Infos Gern geschehen Lektion 8 Aufgabe 5a Liebe Kolleginnen und Kollegen Da wir letzte Woche in der Teeküche einen kleinen Brand hatten und keiner so richtig wusste, was wie zu tun ist Möchte ich heute beim Team-Meeting zuerst etwas zum Thema Vermeidung von Bränden und Verhalten bei einem Brand sagen Wie können wir alle verhindern, dass ein Brand entsteht? Es gibt ein paar Punkte, die es zu beachten gibt Bitte verwendet keine kaputten Elektrogeräte Ich denke dabei zum Beispiel an einen Wasserkocher, der nicht mehr richtig funktioniert Wenn ihr defekte Geräte entdeckt, dann meldet dies bitte Frau Köhler Ordnet bitte die Kabel von euren Geräten am Schreibtisch, also vom Computer, dem Bildschirm, der Maus, dem Laptop, dem Drucker etc. Es sollte keinen Kabelsalat unter euren Tischen geben Außerdem bitte ich euch, im gesamten Bürogebäude nicht zu rauchen und keine Kerzen oder Teelichter anzuzünden Wenn es doch zu einem Brand kommt, dann solltet ihr folgende Dinge beachten Bewahrt auf jeden Fall Ruhe Es sollte keine Panik ausbrechen, das ist sehr wichtig Meldet den Brand Dafür haben wir einen Brandmelder im Flur Dieser löst dann Alarm aus Ruft die Feuerwehr mit der 112 an Verlasst dann sofort das Gebäude Wenn ihr Kollegen seht, dann informiert sie über den Brand und helft ihnen Schließt alle Fenster und Türen Benutzt auf keinen Fall den Aufzug, sondern immer das Treppenhaus Falls es nur ein kleiner Brand ist, dann könnt ihr versuchen, den Brand mit unseren Feuerlöschern zu löschen Wenn es nicht funktioniert, dann bringt euch in Sicherheit Lektion 8 Aufgabe 6a Guten Morgen, Frau Kim Herzlich willkommen in unserem Architekturbüro Guten Morgen, Herr Klein Ich freue mich sehr, mein Praktikum bei Ihnen machen zu dürfen Ja, das freut uns auch Hier ist Ihr Arbeitsplatz Sie haben einen eigenen Schreibtisch Bitte halten Sie immer Ordnung auf Ihrem Schreibtisch, damit Sie nichts vergessen und keine Pläne oder andere Unterlagen verloren gehen Außerdem haben Sie einen eigenen Computer und ein Telefon Auf dem Telefon finden Sie die Nummern aller Mitarbeiter Oh ja, das ist praktisch Noch ein kleiner Tipp zum Stuhl Ihren Stuhl sollten Sie gleich auf Ihre individuelle Höhe einstellen Das können Sie hier machen Dann bekommen Sie auch sicher keine Rückenschmerzen Haben Sie noch Fragen? Ja Wie lange machen die Kollegen Pause? Wir machen hier alle eine Stunde Mittagspause Wann Sie diese genau machen, können Sie sich selbst aussuchen Aber viele Kollegen gehen zusammen essen Da können Sie sicher gern mitgehen Ja, das klingt gut Darf ich auch mit auf die Baustellen kommen? Oh, gut, dass Sie das sagen Das hätte ich fast vergessen Natürlich werden Sie auf verschiedene Baustellen mitkommen Es ist wichtig, dass Sie auf der Baustelle immer einen von unseren Schutzhelmen tragen Haben Sie Arbeitsschuhe? Ja Gut, die sollten Sie nämlich auch immer anziehen Das ist Vorschrift Sie werden auch immer mit einer Kollegin oder einem Kollegen auf eine Baustelle fahren Praktikanten dürfen bei uns nicht allein auf Baustellen gehen Das wäre zu gefährlich Ja, das stimmt Gut, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei uns Lektion 9 Aufgabe 5 Hallo, mein Name ist Julia und ich bin zwölf Jahre alt Ich liebe es, mich zu schminken und zu stylen Ich habe lange blonde Haare und mache mir gern viele verschiedene Frisuren Zur Zeit flechte ich meine Haare jeden Tag auf eine andere Art und Weise Oft frisiere ich auch meine Freundinnen und die finden das immer super Ich mag es, andere Menschen schön zu machen und dabei selbst kreativ zu sein Deswegen möchte ich nach der Oberschule gerne eine Ausbildung machen und Friseurin werden Ich heiße Ludger und gehe auf das Gymnasium Ich bin in der 10. Klasse Ich habe noch zwei Jahre Zeit, aber ich weiß jetzt schon, was ich werden möchte Nach dem Abitur möchte ich Koch werden und in Luxushotels auf der ganzen Welt arbeiten Ich esse sehr gern, vor allem indisch, japanisch und mexikanisch Aber meine Mutter kann leider überhaupt nicht kochen Deswegen koche ich immer zu Hause und probiere viel aus Außerdem habe ich seit kurzem eine Freundin und möchte sie immer gut bekochen Ich bin Claudia Ich bin acht Jahre alt und ich gehe in die dritte Klasse Mein Papa arbeitet bei der Feuerwehr Und ich möchte genauso werden wie er Er rettet Menschen, wenn ein Haus brennt Er löscht das Feuer Und er rettet sogar kleine Katzen aus Bäumen Das ist ein toller Job Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich auch zur Feuerwehr So wie mein Papa Mein Name ist Martin und ich mache in einem halben Jahr mein Abitur Meine Lieblingsfächer in der Schule sind Mathematik und Kunst Ich weiß, das ist eine komische Kombination, aber sie ist perfekt für mein geplantes Studium Ich werde nach dem Abitur Architektur studieren Und später möchte ich als Architekt in der Schweiz arbeiten Ich habe bereits mein Schulpraktikum in einem Architekturbüro in Basel gemacht Und es war super interessant Ich wollte immer schon einmal ein schönes und praktisches Haus planen Das könnte ich dann jeden Tag machen und würde auch noch gutes Geld verdienen Perfekt Lektion 9 Aufgabe 9b Hallo Maria Na, hast du nun endlich Ferien? Wie war denn der letzte Schultag? Hallo Mama Ach, es ist nichts Spannendes mehr passiert Bis auf die Zeugnisausgabe natürlich Und? Bist du zufrieden? Naja, eigentlich schon Aber in Französisch und Chemie konnte ich mich leider nicht mehr retten Da ist die 4 stehen geblieben Das kriegen wir schon hin Vielleicht sollten wir mal über Nachhilfe nachdenken Aber ansonsten alles gut? Ja, schau mal Ich habe in Kunst, Musik und in Ethik eine 1 Das ist toll Da freue ich mich Lass uns mal schauen Oh super, in Deutsch hast du dich auf eine 2 verbessert Und in Englisch auch Aber was ist denn mit Geschichte und Erdkunde? Nur befriedigend? Ja, aber das sind auch nicht gerade meine Lieblingsfächer Aber dafür bin ich in Mathe sehr gut, Mama Ja, das stimmt Und schau, in Biologie, Physik und Sport habe ich auch eine 2 Es ist schon ein wirklich gutes Zeugnis Ich bin stolz auf dich Ich auch Und das mit Französisch und Chemie kriegen wir nächstes Jahr bestimmt auch hin Guten Tag, willkommen im Ärztehaus Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe meine Brille vergessen und kann leider die Infotafel nicht lesen Ich suche... Aber natürlich Also, hier unten im Erdgeschoss links finden Sie die Hautarztpraxis von Dr. Krasnitschi Wenn Sie Hautprobleme haben, kann ich Ihnen diesen Arzt nur empfehlen Nein, nein, warten Sie, lassen Sie mich sagen... Na, die Kinderärztinnen suchen Sie vermutlich nicht Sie sind ja jung, aber so jung nun auch wieder nicht Falls doch Die Kinderarztpraxis Müller und Hedler ist auch hier im Erdgeschoss Aber nicht links, sondern wenn Sie durch die Glastür gehen, gleich rechts Moment, also ich brauche keinen Hautarzt und auch keinen Kinderarzt Ich suche doch einfach nur... Sagen Sie es nicht, ich weiß es Sie sehen nicht gut und haben einen Termin beim Augenarzt Da sind Sie hier bei Dr. Rüben Schmidt genau richtig Das ist der beste Augenarzt der ganzen Stadt Und hat eine große Praxis in der dritten Etage Sie haben Glück gehabt Es ist wirklich schwer, einen Termin bei ihm zu bekommen Gehen Sie einfach geradeaus und fahren Sie mit dem Aufzug in den dritten Stock Langsam bekomme ich Kopfschmerzen Ich habe keinen Arzttermin und brauche auch keinen Ich habe es eilig und suche... Ja, Kopfschmerzen vom Stress Das kenne ich nur zu gut Mir hat Frau Klaas, die Physiotherapeutin, im ersten Stock sehr geholfen Sie hat wirklich gute Übungen mit mir gemacht Und mir viele hilfreiche Tipps für den Alltag gegeben Das suchen Sie sicher Stopp! Ich bin vom Medizinservice und will etwas im Labor abgeben Können Sie mir bitte sagen, wo das Labor ist? Natürlich! Das hätten Sie ja gleich sagen können Das Labor ist im Keller Aber die machen gerade Mittagspause Da ist jetzt niemand Auch das noch Dann komme ich heute Nachmittag wieder Nein, das müssen Sie nicht Die Labormitarbeiter essen heute oben Im vierten Stock links Im Café zu Mittag Danke sehr Ich fahre dann mal in den vierten Stock Einen Kaffee kann ich jetzt auch gut gebrauchen Wenn Sie noch Fragen haben Kommen Sie einfach wieder vorbei Lektion 11 Aufgabe 1 Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gerne 500 Euro nach Griechenland überweisen Gerne! Füllen Sie bitte das Formular aus Ihre IBAN Die IBAN des Empfängers Und den Betrag Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie bitte 200 US-Dollar in Euro wechseln? Ja, natürlich! Wie möchten Sie das Geld haben? Guten Tag! Ich würde gern 300 Euro von meinem Konto abheben Wo ist denn hier der Geldautomat? Schauen Sie, da hinten rechts Sie können das Geld aber auch hier am Schalter bekommen Guten Tag! Kann ich bei Ihnen 400 Euro auf mein Konto einzahlen? Kein Problem! Können Sie mir bitte Ihre Kontonummer sagen? Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag! Ich hätte gern eine Beratung Ich möchte gern Geld sparen Haben Sie interessante Angebote? Ja, nehmen Sie bitte Platz Es gibt verschiedene Möglichkeiten Sie hat gefragt, wann ich nach Hause kommen kann Sie hat gefragt, wie ich heiße Wo ist der Bahnhof? Er hat gefragt, wo der Bahnhof ist Er hat gefragt, wann der Zug nach Berlin abfahren soll Wie viel muss ich für die Tomaten bezahlen? Sie hat gefragt, wie viel sie für die Tomaten bezahlen muss Ich habe in der Woche leider wenig Freizeit, weil ich 40 Stunden arbeite und mich nach der Arbeit um die Kinder und den Haushalt kümmern muss Aber dafür unternehme ich am Wochenende ziemlich viel mit meiner Familie Im Sommer gehen wir zusammen in den Bergen klettern oder wandern gehen ins Schwimmbad oder grillen auf unserer Terrasse Im Winter fahren wir Schlitten oder backen Plätzchen Meine Tochter liebt es, Kuchen, Muffins, Plätzchen oder andere süße Sachen mit mir zu backen Und danach natürlich auch zu essen Wenn die Kinder mal ein Wochenende bei meinen Eltern sind Dann gehen mein Mann und ich gern zusammen ins Restaurant oder ins Theater Dann genießen wir einfach die Zeit zu zweit Oh, zur Zeit genieße ich meine freie Zeit Ich habe nämlich Semesterferien und der Unistress geht erst wieder im Oktober los Ich habe jetzt zwei Monate frei und kann meine Freizeit genießen Zuerst werde ich zwei Wochen durch Deutschland reisen Ich reise sehr gern und dieses Jahr möchte ich mir die Ostsee das Elbsandsteingebirge und den Schwarzwald ansehen Ich war noch nie in diesen Teilen Deutschlands und bin sehr gespannt Danach werde ich mich sicher oft mit meinen Freunden treffen und natürlich auch arbeiten Irgendwie muss ich das alles ja auch bezahlen Meine Eltern unterstützen mich zwar aber einen Teil muss ich selbst verdienen Lektion 12 Aufgabe 3a Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Sonnenscheinradio Beim nächsten Ton ist es 7.30 Uhr Sie hören das Zeitsignal für 7.30 Uhr Haben Sie am Wochenende schon etwas vor? Wenn nicht, dann habe ich noch ein paar Tipps für Sie Am Samstagabend gibt die Band Gloria Ab 21 Uhr im Club Kuhl ein Konzert Auch 20 Jahre nach ihrer Gründung ist die Band Gloria einfach eine fantastische Punkband Das Konzert ist fast ausverkauft Aber an der Abendkasse sind noch ein paar Restkarten für 35 Euro vorhanden Und unserem Hörer Mehmet Özgür wünsche ich viel Spaß beim Konzert Er hat ja gestern bei unserem Quiz gewonnen Alle, die gern mal wieder in den Zirkus gehen möchten haben am Freitag, Samstag und Sonntag die Chance dazu Der Zirkus Cavalli kommt nach Stuttgart Er bietet ihnen eine atemberaubende Show mit Jongleuren, Artisten, Zauberern und natürlich auch einem Clown Die Familie Cavalli verzichtet dabei ganz bewusst auf Elefanten, Tiger und Co Aber besonders die Kinder wird es freuen dass es im Zirkus Cavalli jetzt auch ein kleines Streichelgehege mit Kaninchen, Schafen und Ziegen gibt Karten gibt es vor Ort ab 15 Euro Achtung, Achtung, eine Eilmeldung Auf der A8 Richtung Saarlouis ist zwischen Schwalbach und Saarwellingen ein Unfall passiert Zwei Lkw und drei Pkw sind ineinander gefahren Die Autobahn ist blockiert Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig Am Wochenende feiert das Theater der jungen Generation seinen 50. Geburtstag Und Sie sind recht herzlich eingeladen Am Samstag und Sonntag spielt das Ensemble die beliebtesten Stücke aus 50 Jahren für Sie noch einmal Es ist für jedes Alter und jeden Humor etwas dabei Und das Beste ist, der Eintritt ist frei Und es gibt für jeden zweiten Besucher ein Getränk gratis Also lassen Sie sich dieses Theaterfest nicht entgehen Wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, was Sie am Wochenende unternehmen möchten Hilft Ihnen vielleicht ein Blick auf das Wetter Am Samstag erwartet uns trockenes und heißes Wetter bis 34 Grad Am Abend müssen Sie im gesamten Sendegebiet mit heftigen Gewittern und Starkregen rechnen Am Sonntag wird es ein paar Grad kühler Bei 28 bis 30 Grad wird es meist bewölkt sein Nur im Norden scheint am Sonntag den ganzen Tag die Sonne Mein Tag beginnt früh Um halb sieben klingelt mein Wecker und ich stehe auf Danach gehe ich zuerst in die Küche und füttere meine Katze Wenn ich ihr nicht gleich etwas zu fressen gebe, dann rennt sie mir die ganze Zeit hinterher Dann gehe ich ins Bad und putze mir die Zähne Danach dusche ich mich und wasche mir meine Haare Wenn ich aus der Dusche komme, trockne ich mich zuerst ab und ziehe mich dann an Danach geht es ans Styling Ich kämme mich, föhne mir die Haare und zum Schluss schminke ich mich Allerdings benutze ich nicht so viel Make-up Das geht also recht schnell Wenn ich im Bad fertig bin, mache ich mir einen Kaffee und ein Brot mit Butter und Marmelade Und Frühstücke in Ruhe Das ist mir ganz wichtig Ich mag am Morgen keinen Stress Um 10 vor 8 fahre ich dann mit meinem Auto zur Arbeit Ich arbeite von 8.30 Uhr bis 17 Uhr Lektion 12 Aufgabe 9 Guten Tag, Herr Hänsel Hier ist das Autohaus Unger Sie können Ihr Auto morgen ab 8.30 Uhr hier abholen Auf Wiederhören Guten Tag, Frau Petrovic Hier ist Meier vom Technikmarkt Ihr bestellter Kühlschrank ist jetzt da Bitte rufen Sie uns zurück, ob wir den Kühlschrank morgen Nachmittag liefern können Hallo Stefan, hier ist Franzi Du wolltest doch wissen, was wir als Hausaufgabe im Englischkurs haben Also, die Hausaufgabe für Montag ist die Aufgabe 3 auf Seite 15 im Kursbuch Im Arbeitsbuch müssen wir nichts machen Hey, Phyllis Hier ist Sandro Karim und ich wollen heute Abend in die Stadt gehen Hast du Lust mitzukommen? Wir treffen uns um 19 Uhr am Römer Und wollen dann sehen, was wir machen Vielleicht ins Kino gehen Oder nur so was trinken Kommst du auch? Vielleicht sehen wir uns um 19 Uhr am Römer Ciao Also, mit dem Flixfernbus können Sie morgen um 17.30 Uhr nach Ulm fahren Der Bus kommt dann um 20 Uhr in Ulm neben dem Hauptbahnhof an Die Fahrt kostet Einen Moment bitte Nur 19,95 Euro Die gewünschte Nummer lautet 1, 8, 1, 9, 9, 8, 7 Die Vorwahl ist 0, 9, 1, 1 Wenn Sie eine weitere Nummer wünschen oder verbunden werden möchten, drücken Sie bitte die 1 A2 Zwischentest zu den Lektionen 7 bis 9 Hören Sie hören ein Gespräch Zu diesem Gespräch gibt es drei Aufgaben Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben Sie hören den Text zweimal Guten Morgen, Frau Nowak Guten Morgen, Manuel Frau Nowak Herr Reiser hat angerufen Leider kommt er heute etwas später Deshalb musste er den Termin um eine halbe Stunde verschieben Herr Reiser erwartet Sie um 8.30 Uhr in seinem Büro Wenn das für Sie in Ordnung ist Um 8.30 Uhr in Herrn Reisers Büro Gut Dann kann ich vorher noch die neuen Daten ausdrucken Haben Sie den Computer schon hochgefahren? Ja, der Computer ist hochgefahren Danke Wann habe ich den nächsten Termin? Um 9.30 Uhr haben Sie eine Besprechung mit Frau Heller in der Personalabteilung Gut Dann komme ich nach dem Termin mit Herrn Reiser nicht in mein Büro zurück Ich gehe gleich durch den Hof zu Frau Heller in die Personalabteilung Sie erreichen mich auf dem Handy, wenn etwas ist Ich habe noch eine Nachricht von Ihrer Tochter Sie möchte Sie gegen Mittag am Empfang treffen Sie ruft noch einmal an Passt das für Sie? Ja, ich treffe Sie dort Wir können dann gemeinsam in die Kantine gehen Sagen Sie ihr aber, dass ich nicht viel Zeit habe, ja? Kurz vor 1.00 Uhr kommt der Kunde aus Frankreich am Bahnhof an Unser Wagen holt ihn ab und bringt ihn her Ich treffe ihn dann in der Direktion Gut, Frau Nowak Ich sage Ihrer Tochter Bescheid Guten Morgen, Frau Nowak Guten Morgen, Manuel Frau Nowak, Herr Reiser hat angerufen Leider kommt er heute etwas später Deshalb musste er den Termin um eine halbe Stunde verschieben Herr Reiser erwartet Sie um 8.30 Uhr in seinem Büro Wenn das für Sie in Ordnung ist Um 8.30 Uhr in Herrn Reisers Büro, gut Dann kann ich vorher noch die neuen Daten ausdrucken Haben Sie den Computer schon hochgefahren? Ja, der Computer ist hochgefahren Danke Wann habe ich den nächsten Termin? Um 9.30 Uhr haben Sie eine Besprechung mit Frau Heller in der Personalabteilung Gut, dann komme ich nach dem Termin mit Herrn Reiser nicht in mein Büro zurück Ich gehe gleich durch den Hof zu Frau Heller in die Personalabteilung Sie erreichen mich auf dem Handy, wenn etwas ist Ich habe noch eine Nachricht von Ihrer Tochter Sie möchte Sie gegen Mittag am Empfang treffen Sie ruft noch einmal an Passt das für Sie? Ja, ich treffe Sie dort Wir können dann gemeinsam in die Kantine gehen Sagen Sie ihr aber, dass ich nicht viel Zeit habe, ja? Kurz vor 1.00 Uhr kommt der Kunde aus Frankreich am Bahnhof an Unser Wagen holt ihn ab und bringt ihn her Ich treffe ihn dann in der Direktion Gut, Frau Nowak Ich sage Ihrer Tochter Bescheid A2 Zwischentest zu den Lektionen 10 bis 12 Hören Teil 1 Sie hören drei Informationen aus dem Radio Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe Markieren Sie A, B oder C Sie hören jeden Text einmal Nummer 1 Das Wetter ist schlecht Und viele Menschen haben Husten und Schnupfen Was können sie tun, damit sie nicht krank werden? Unser Radiodoktor sagt unseren Hörerinnen und Hörern Was gegen Erkältungen hilft Wer weiß, vielleicht ersparen sie sich damit den nächsten Arzttermin Der Radiodoktor Ihr Sendetermin hier bei uns Gleich nach den Sportnachrichten Nummer 2 Von 0 bis 24 Uhr kostenlos Geld abheben, überweisen und Kontoauszüge ausdrucken Wenn ihr noch keine 26 Jahre alt seid, könnt ihr bei uns ein Jugendkonto eröffnen Als Geschenk gibt es einen USB-Stick Aber nur noch bis zum 25. Juli Das Jugendkonto der Gelderbank Euer Konto für 0 Euro Nummer 3 Hier noch ein Veranstaltungshinweis Der Segelverein bietet am Samstag einen Schnupperkurs für Kinder an Wenn ihr zwischen 6 und 13 Jahre alt seid, könnt ihr mit einem unserer Trainer segeln Der Kurs für Erwachsene beginnt am Dienstag Anmeldungen für Kinder und Erwachsene bitte bis spätestens Freitag auf der Homepage ausfüllen und abschicken Hören Teil 2 Sie hören ein Gespräch Zu diesem Gespräch gibt es vier Aufgaben Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben Sie hören den Text zweimal Lucia, kann ich dir helfen? Ach ja, bitte Die Gäste kommen bald Vielleicht könntest du noch Wassergläser auf den Tisch stellen Wo finde ich denn Gläser? Die Gläser sind dort drüben Hier, im Schrank? Nein, dort auf dem Regal Ach ja Brauchen wir auch Weingläser? Ja Weingläser habe ich schon vorbereitet Sie stehen drüben auf dem kleinen Schrank Hast du noch irgendwo Messer? Hier fehlt eins Messer sind in der Schublade dort Nein, in der Schublade sind keine mehr Dann sind die Messer noch im Geschirrspüler Ja, richtig Hier im Geschirrspüler Wie viele brauchst du? Nur eins Danke Gibst du mir mal bitte das Öl rüber? Es steht neben dem Herd Danke Ich hoffe, dass ich genug Salat für alle habe Ich wollte mehr kaufen Aber im Geschäft gab es gestern Abend keinen mehr Ach, mach dir keine Sorgen Das wird schon reichen Kannst du bitte noch zwei Flaschen Wasser holen? Aus dem Kühlschrank? Im Kühlschrank war leider kein Platz mehr Die Getränke sind im Keller Dort ist es auch kühl Lucia, kann ich dir helfen? Ach ja, bitte Die Gäste kommen bald Vielleicht könntest du noch Wassergläser auf den Tisch stellen Wo finde ich denn Gläser? Die Gläser sind dort drüben Hier, im Schrank? Nein, dort auf dem Regal Ach ja Brauchen wir auch Weingläser? Ja Weingläser habe ich schon vorbereitet Sie stehen drüben auf dem kleinen Schrank Hast du noch irgendwo Messer? Hier fehlt eins Messer sind in der Schublade dort Nein, in der Schublade sind keine mehr Dann sind die Messer noch im Geschirrspüler Ja, richtig Hier im Geschirrspüler Wie viele brauchst du? Nur eins Danke Gibst du mir mal bitte das Öl rüber? Es steht neben dem Herd Danke Ich hoffe, dass ich genug Salat für alle habe Ich wollte mehr kaufen Aber im Geschäft gab es gestern Abend keinen mehr Ach, mach dir keine Sorgen Das wird schon reichen Kannst du bitte noch zwei Flaschen Wasser holen? Aus dem Kühlschrank? Im Kühlschrank war leider kein Platz mehr Die Getränke sind im Keller Dort ist es auch kühl Übungstest Start Deutsch 2 Hören Teil 1 Dieser Test hat drei Teile Lesen Sie zuerst die Aufgaben Hören Sie dann den Text dazu Teil 1 Sie hören fünf Ansagen am Telefon Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe Ergänzen Sie die Telefonnotizen Sie hören jeden Text zweimal Beispiel Guten Tag Herr Smith Hier ist die Zahnarztpraxis Neumeier Wir haben einen neuen Termin für Sie Und zwar am Mittwoch um 9.30 Uhr Auf Wiederhören Guten Tag Herr Smith Hier ist die Zahnarztpraxis Neumeier Wir haben einen neuen Termin für Sie Und zwar am Mittwoch um 9.30 Uhr Auf Wiederhören Nummer 1 Guten Tag Herr Alkan Hier spricht Miriam vom Institut Dr. Meyer Heute Morgen hat eine Patientin einen Termin abgesagt Sie könnten deshalb am Freitag schon früher zur Untersuchung kommen schon um 13.00 Uhr Passt das für Sie? Rufen Sie uns doch bitte heute noch vor 17.00 Uhr an Vielen Dank Guten Tag Herr Alkan Hier spricht Miriam vom Institut Dr. Meyer Heute Morgen hat eine Patientin einen Termin abgesagt Sie könnten deshalb am Freitag schon früher zur Untersuchung kommen schon um 13.00 Uhr Passt das für Sie? Rufen Sie uns doch bitte heute noch vor 17.00 Uhr an Vielen Dank Nummer 2 Hallo Claudia Hier ist Irina Du, ich habe eine große Bitte Ich muss morgen unbedingt zum Einwohnermeldeamt Am Nachmittag ist das Meldeamt leider geschlossen Kannst du bitte am Vormittag für mich arbeiten? Das wäre wirklich super Ich melde mich heute Abend nochmal, ja? Ich melde mich heute Abend nochmal, ja? Nummer 3 Ja, hier Kleiber vom Sportverein Herr Nessib Sie haben uns Ihre Anmeldung geschickt Das Formular ist richtig ausgefüllt Aber es fehlt die Unterschrift Sie müssen leider zu uns kommen Und das Formular noch unterschreiben Wir sind immer nachmittags im Büro Vielen Dank Auf Wiederhören Ja, hier Kleiber Auf Wiederhören Nummer 4 Guten Tag Hier spricht Cekal Ich möchte für heute Abend um 8 einen Tisch für 6 Personen bestellen Wir möchten gerne auf der Terrasse sitzen Ich hoffe, dass Sie noch einen freien Tisch haben Meine Nummer ist 0662 879923 Guten Tag Hier spricht Cekal Ich möchte für heute Abend um 8 einen Tisch für 6 Personen bestellen Wir möchten gerne auf der Terrasse sitzen Ich hoffe, dass Sie noch einen freien Tisch haben Meine Nummer ist 0662 879923 Nummer 5 Hallo, Navid Hier, Peter Du musst mich nicht vom Bahnhof abholen Ich kann mit meinem Vater mitfahren Er bringt mich gleich zum Theater Wir treffen uns beim Haupteingang So gegen halb 8, okay? Wir müssen dann noch die Tickets an der Kasse abholen Ich freue mich Bis später Hallo, Navid Hier, Peter Du musst mich nicht vom Bahnhof abholen Ich kann mit meinem Vater mitfahren Er bringt mich gleich zum Theater Wir treffen uns beim Haupteingang So gegen halb 8, okay? Wir müssen dann noch die Tickets an der Kasse abholen Ich freue mich Bis später Hören Teil 2 Sie hören 5 Informationen aus dem Radio Im Bergdorf findet am nächsten Wochenende wieder das jährliche Sommerfest statt Nummer 6 Liebe Hörerinnen und Hörer Das war's von uns für heute Noch ein Hinweis Ab Samstag läuft der neue Film Gute Freunde im Stadtkino Wir verlosen morgen in unserer Sendung zwei Tickets Also, schalten Sie wieder ein und gewinnen Sie zwei Tickets für diesen spannenden Film Wegen des schlechten Wetters haben viele Flüge Verspätung Viele Fluggäste müssen am Flughafen warten Auch für die, die mit der Bahn fahren, haben wir eine Meldung Am Hauptbahnhof wird immer noch gebaut Deshalb kommt es auch heute wieder zu Zugverspätungen Außerdem viel Verkehr auf den Autobahnen Nummer 8 Das Wetter in Bayern Heute vormittags noch bewölkt Am Nachmittag sonnig Temperaturen am Tag bis 15 Grad In der Nacht um 5 Grad Morgen etwas Regen Bei Temperaturen bis 13 Grad Am Freitag und Samstag wieder meist sonnig mit 7 bis 11 Grad Sparen bei Rabe Unsere Clubmitglieder zahlen diese Woche 10% weniger auf Obst und Gemüse Auch Kunden ohne Clubkarte können sparen Für alle Kunden gibt es günstige Angebote in der Fleischabteilung Rabe Ihr Händler für günstige Lebensmittel Nummer 10 Hier noch ein Tipp Am Wochenende findet wieder unser Musikfest statt Bei schön Wetter spielen die Musiker auf der Bühne am Stadtplatz Wenn es regnet, findet das Konzert in der Stadthalle statt Für Kinder gibt es Spiel und Spaß in der alten Schule Wir freuen uns auf viele Besucher Hören Teil 3 Sie hören ein Gespräch Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben Ordnen Sie zu und notieren Sie die Buchstaben Sie hören den Text zweimal Beispiel Gut, Frau Rabal Dann hätten wir fürs Erste alles besprochen Ich würde Ihnen gerne noch kurz unsere Schule zeigen Ja, bitte, gerne Also, das hier war unser Besprechungszimmer Gehen wir doch gleich noch einmal zum Eingang Über die Treppe gleich daneben geht es hinunter ins Untergeschoss In diesem Raum hier unten können die Schüler ihre Mäntel und Jacken ablegen Es gibt im Untergeschoss auch Schließfächer Gut, Frau Rabal Dann hätten wir fürs Erste alles besprochen Ich würde Ihnen gerne noch kurz unsere Schule zeigen Ja, bitte, gerne Also, das hier war unser Besprechungszimmer Gehen wir doch gleich noch einmal zum Eingang Über die Treppe gleich daneben geht es hinunter ins Untergeschoss In diesem Raum hier unten können die Schüler ihre Mäntel und Jacken ablegen Es gibt im Untergeschoss auch Schließfächer Nummer 11 Nummer 12 Nummer 13 Nummer 14 Und Nummer 15 Nummer 15 Wir haben noch ein großes Haus gesehen Hinter dem Schulhof Was ist denn das? Das ist der Turmsaal Er ist in einem anderen Gebäude untergebracht Unser Schulgebäude ist schon sehr alt Es gab früher keinen Turmsaal Deshalb wurde später extra einer dazu gebaut Wir können gerne einen Blick hineinwerfen Der ist aber auch sehr schön Ja, ich denke, dass der Bau gut gelungen ist Vor einigen Jahren haben wir neue Duschen installiert So, dann gehen wir doch wieder hinauf Hier neben dem Eingang finden Sie unseren Hausmeister, Herrn Kranz Ich habe Herrn Kranz schon getroffen Ein sehr netter Mann Da haben Sie recht Im Erdgeschoss liegen dann die Klassen der Unterstufe Und hier im Erdgeschoss haben wir auch das Lehrerzimmer Gleich gegenüber der Glastür Aber jetzt sind wohl die meisten Lehrer in den Unterrichtsräumen Gehen wir doch erst einmal in den ersten Stock hinauf Zum Lehrerzimmer kommen wir besser später nochmal Dann können Sie einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen kennenlernen Gerne, darauf freue ich mich schon Ach ja, hier steht der Getränkeautomat Daneben ist noch das Kopierzimmer Hier, wenn Sie einen Blick hineinwerfen möchten Nichts Besonderes wie üblich Dann gehen wir hinauf Im ersten Stock liegen die Klassen der Oberstufe Außerdem befindet sich hier im ersten Stock auch der Zeichensaal Die Tür ist ein wenig versteckt Hier hinter der großen Pflanze Das hier an den Wänden sind wohl Schülerarbeiten Ja, manche Arbeiten sind richtig gut So, dann haben wir noch den zweiten Stock Hinter der schönen Holztür hier Befindet sich das Büro der Schulleitung Die Leiterin musste ja leider weg Wie ich Ihnen schon erklärt habe Ja, ich habe Sie schon einmal bei einer Diskussion getroffen Und seither haben wir auch einige Male telefoniert Im Vorraum zur Schulleitung befindet sich das Sekretariat Schauen wir doch mal Aha, unsere Sekretärin Frau Abels ist wohl im Haus unterwegs Im zweiten Stock befinden sich außerdem der Physiksaal und der Biologiesaal Und dann haben wir noch den Chemiesaal Der ist da drüben am Ende des Ganges Ach ja, und der Theatersaal Der liegt hier um die Ecke Wir haben noch ein großes Haus gesehen Hinter dem Schulhof Was ist denn das? Das ist der Turmsaal Er ist in einem anderen Gebäude untergebracht Unser Schulgebäude ist schon sehr alt Es gab früher keinen Turmsaal Deshalb wurde später extra einer dazugebaut Wir können gerne einen Blick hineinwerfen Der ist aber auch sehr schön Ja, ich denke, dass der Bau gut gelungen ist Vor einigen Jahren haben wir neue Duschen installiert So, dann gehen wir doch wieder hinauf Hier neben dem Eingang finden Sie unseren Hausmeister Herrn Kranz Ich habe Herrn Kranz schon getroffen Ein sehr netter Mann Da haben Sie recht Im Erdgeschoss liegen dann die Klassen der Unterstufe Und hier im Erdgeschoss haben wir auch das Lehrerzimmer Gleich gegenüber der Glastür Aber jetzt sind wohl die meisten Lehrer in den Unterrichtsräumen Gehen wir doch erst einmal in den ersten Stock hinauf Zum Lehrerzimmer kommen wir besser später nochmal Dann können Sie einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen kennenlernen Gerne, darauf freue ich mich schon Ach ja, hier steht der Getränkeautomat Daneben ist noch das Kopierzimmer Hier, wenn Sie einen Blick hineinwerfen möchten Nichts Besonderes wie üblich Dann gehen wir hinauf Im ersten Stock liegen die Klassen der Oberstufe Außerdem befindet sich hier im ersten Stock auch der Zeichensaal Die Tür ist ein wenig versteckt Hier hinter der großen Pflanze Das hier an den Wänden sind wohl Schülerarbeiten Ja, manche Arbeiten sind richtig gut So, dann haben wir noch den zweiten Stock Hinter der schönen Holztür hier Befindet sich das Büro der Schulleitung Die Leiterin musste ja leider weg Wie ich Ihnen schon erklärt habe Ja, ich habe sie schon einmal bei einer Diskussion getroffen Und seither haben wir auch einige Male telefoniert Im Vorraum zur Schulleitung befindet sich das Sekretariat Schauen wir doch mal Aha, unsere Sekretärin Frau Abels ist wohl im Haus unterwegs Im zweiten Stock befinden sich außerdem der Physiksaal und der Biologiesaal Und dann haben wir noch den Chemiesaal Der ist da drüben am Ende des Ganges Ach ja, und der Theatersaal Der liegt hier um die Ecke Ende des Tests hören Das ist 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 das war